Das ist das, weil das lässt dich den Luftstrom spüren. Das heißt, vielleicht, wenn du das mit dem einmal spielst, dann merkst du vielleicht das allererste Mal, wie eigentlich ein richtiger Luftstrom sich anfühlen würde. Und das ist genau, was die Methode auch macht. Ich programmiere dem Körper ein richtiges Spielgefühl, bevor ich das Instrument draufsetze.